Der Fünfer ist nicht aufzufinden. Nein. Der ist, äh, sonst wo. Der hält sich bedeckt. Eines Tages, ihr werdet schon sehen, steht plötzlich der Fünfer an der Tür des Feindes. Und dann freuen wir uns alle. So, aber hier sind die umliegenden Gebäude ziemlich stark. Den müsste ich eigentlich erobern können. Einer! Ich meine, Fünfer sind auch nicht unbesiegbar. Aber ich muss anmerken, dass ich schon, ähm, mehrere Male in der Vergangenheit vor dem Hauptgebäude des Gegners stand und da war ein Fünfer zur Verteidigung abgestellt. Und das hat so lange gedauert, bis wirklich meine umliegenden Militärgebäude, die hatte nur noch ihr Hauptlager, nur noch einen einzigen Soldaten beherbergt haben. Und ich deshalb nicht mehr angreifen konnte. Und ich buchstäblich auf das Hauptlager geklickt habe und da stand Angreifen mit null Soldaten. Weil ich keine mehr hatte. Sowas kann passieren. Der Fünfer war knallhart an der Verteidigung. Ein einziger Zweier kommt angedackelt. Um eine doppelt verteidigte, um ein doppelt verteidigtes, äh, Lager einzunehmen. Wo ein Dreier drin ist. Den wir besiegen könnten. Jawohl! Oh, großartig! Und was ist noch drin? Noch ein Dreier. Heißt jetzt natürlich nichts, aber es ist durchaus, äh, machbar. Es ist alles möglich. Ah! Fantastisch! Mein Zweier hat die beiden verteidigenden Dreier zerstört. Großartig! Diesmal kein Feuer, weil keine, äh, weil keine Gebäude in der Nähe sind. Aber fantastisch! Großartig! Das finden wir doch gut. Okay. Jetzt, äh, zieht sich langsam die Schlinge um unseren Gegner zu. So, jetzt können wir nämlich auch noch nach unten gehen. Man, man sieht es immer an den fortgeschrittenen Siedlerspielen, dass das Land immer weiter auseinandergezogen wird. Und es immer nur noch sporadisch Gebäude gibt. Ich meine, hier muss ich kein, keine, äh, kein Steinmetz hinstellen, weil ich das nicht nötig habe. Ich baue keine Gebäude mehr. Es geht nur noch um Militär. Vielleicht ist, was hat die denn hier gemacht? Zwei Bäckereien direkt nebeneinander. Ich meine, wenn du meinst. Ich meine, äh, ist vielleicht die falsche Herangehensweise, aber so mache ich das halt. Ich kann das Hauptgebäude angreifen mit einem einzigen Siedler. Aber wir sehen... Wir sehen in diesem Menü... Nein, sehen wir nicht. In diesem Menü. Ich kann so viele Soldaten zur Verteidigung meines Hauptlages abstellen, wie ich möchte. Es sind standardmäßig drei, ich habe gerade fünf. Hier steht jetzt 83%, 104, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Der Pest hat keine Ahnung. Zwei Schwerter, keine Schilde, 614 Arbeitslose, es ist ein Trauerspiel. Die Schmiede arbeiten hier, die Eisenschmelze arbeitet, die Goldschmelze arbeitet. Die zweite Goldschmelze kriegt gerade Kohle. Und? Wir haben die Kohle Priorität hochgestellt, der hat jetzt kein Gold, richtig? Ah, das ist ein Trauerspiel, ich habe es gewusst. Kaum hat Kohle eine höhere Priorität, stapelt sich die Kohle in den Gebäuden und sie kriegen kein Gold mehr. Bei dem das Gleiche. Das ist doch traurig. Der hat jetzt auch immer Kohle und kein Eisen mehr. Kaum setzen wir die Priorität um, ist nur noch Kohle in den Gebäuden drin. Das ist doch dämlich. Wer hat sich denn das ausgedacht? Wieso könnt ihr nicht die gleiche Priorität haben? Ich habe aber langsam das Gefühl, es wird besser. Es wird langsam besser. Meine, guckt euch das an. Also eigentlich müssten wir sie jetzt mal allmählich überholen, ne? Wir haben eine Militärmacht. Es steigt beständig. In der letzten halben Stunde ist es beständig gestiegen. Ich meine, was Gebäude angeht und Landmasse sowieso. Aber Militärmacht sind wir immer noch nicht vor ihr. Aber es kann nur noch eine Frage der Zeit sein und diese Zeit kann nicht mehr lang sein. Können wir mit zwei angreifen? Da sind drei drin. Da baut die irgendwas. Guck mal, der Schatten ist schon weiter fortgeschritten als das Gebäude an sich. Deshalb würde ich denken, dass das ein Werkzeugmacher. Nur der Werkzeugmacher hat so ein hohes Dach. Ja, ähm, wenn wir mal hier hochgehen. Was ist da? Da haben wir dieses Gebäude. Können wir nur mit einem angreifen, wo drei drin sind. Da sind drei drin. Kann ich auch nur mit einem angreifen. Das kann ich mit null angreifen. Null ist natürlich nicht sonderlich effektiv. Ich verstehe nicht, warum. Ich weiß nicht, woher das kommt. Hier sind zwei Leute drin. Wieso kann ich einer zurückbleiben? Da sind zwei drin. Wieso? Also, ich verstehe es nicht. Wir greifen hier mal mit einem an. Ich meine, was soll's, ne? Einen großen Verlust kann ich ja nicht haben. Das Einzige, was ich verlieren könnte, wäre ein einziger Soldat. Und wahrscheinlich kommt sowieso ein Einzer. Der ist in fünf Minuten wieder im Lager. Werde ich angegriffen? Ah nein, ich hab nicht gespeichert. Okay. Das ist etwas, was ich mir gefallen lasse, ja? Okay, ich spiele schon gespeichert. Dabei habe ich diese Nachricht, glaube ich, schon dreimal bekommen. Also, der scheint da den Ingame-Timer zu benutzen. So, kommt jetzt mein einer tapferer Soldat. Jetzt kann ich mit zweien angreifen. Seht ihr, das bedeutet, dass meine Militärgebäude mit Verstärkung besetzt wurden. Oh nein, da läuft... Ich habe unten links gerade einen feindlichen Dreier gesehen. Wo lauft ihr hin? Da oben sind keine Militärgebäude. Die greift mich gleich an. Das nicht gut. Die greift irgendwas von mir an. Hat sie schon? Diesen Bergwerk gehen die Rohstoffe aus. Okay. Denken wir gar nicht lange drüber nach, reißen wir ab sofort. Es gibt keinen Grund, es zu behalten. Oh, da ist mein Fünfer! Da ist mein Fünfer! Jetzt ist er gekommen. Der Fünfer sollte eigentlich reinhauen. Ein Fünfer? Ist sehr schwer zu besiegen. Ein Fünfer hat nicht diesen Bullshit, dass der Verteidiger meistens gewinnt. Ein Fünfer kann extrem lange durchhalten. Also, der Abstand eines Fünfers zu jeglichen anderen Skill-Leveln ist viel höher als bei den anderen. Der könnte genauso gut auf Stufe 7 oder 8 sein, wenn die anderen gleiche Abstände haben. Der Fünfer hat einen größeren Skill-Abstand, bin ich der Meinung. Guck mal, eiskalt. Der Fünfer hat beide besiegt. Und die Verteidigung ist gar nicht rangekommen. BAM! Deine Getreide-Farm ist weg. Da ist er, der Fünfer. Der Einsame ist der Einzige, den ich habe. Es könnte natürlich sein, dass die Verteidigung, wenn sie es jetzt schafft, meinen Einser zu besiegen, sofort an den Gegenangriff geht. Das könnte sein. Ah, mein Einser hat den Dreier besiegt. Moral ist hoch. Okay, hier kann ich den Weg durchmachen, oder? Wollen wir mal gucken, ob wir hier einen Weg durchschlängeln können. Ja, tatsächlich. Sehr gut. So, in bester Gesellschaft ein Fünfer, ein Dreier und ein Einser. Hahaha! Okay! Jetzt geht es voran. Jetzt können wir hier einen Einser angreifen, mit einem, der meiner Meinung nach nah dran ist. Das wäre vielleicht am geilsten, wenn der Fünfer immer losgeht. Wenn der Fünfer jetzt immer derjenige ist, der jeden Angriff leitet. Jetzt ist hier noch ein Vierer reingegangen. Schlecht! Ah, ist nicht gut. Ich finde nach wie vor, wir sollten erst einmal ein bisschen vom Rand kommen und wirklich, und wirklich, ähm, sie von außen immer weiter einengen. Das haben wir jetzt bis jetzt ganz gut hingekriegt. Da oben haben wir jetzt was abgetrennt. Genau da habe ich eben den Weg durchgebaut und das ist jetzt abgetrennt. Und das heißt, darüber brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken mehr zu machen. Das ist eigentlich ein Selbstläufer. Das sollte, das sollte keine weiteren Probleme mit sich bringen können. Wollen wir vielleicht nochmal kurz vorspulen, bis die Soldaten angekommen sind. Ich kann mich immer nicht erinnern, dass das früher auch so lange gedauert hat. Ich weiß nicht. Es kann, oh, da kommt der Fünfer. Der Fünfer bläst zum Angriff. Es könnte aber genauso gut sein, dass ich früher einfach mehr Geduld hatte und es mir Spaß gemacht hat, den langsamen Animationen zuzugucken. Der Fünfer kommt in den Angriff zu einem vollbesetzten Wachhaus mit drei Soldaten drin. Das ist mein einziger Fünfer. Ich habe ein bisschen Angst, dass der mir wegstirbt. Das ist wirklich mein einziger. Und der steht da. Der hat keine Probleme mit dem Wasser. Jedenfalls keine so großen. Ich meine, er irrt schon ein bisschen rum. Sie sind schon wie Lemmings. Ähm. Aber er kommt zu seinem Ziel. Natürlich, wir können Angst haben. Vielleicht lauert irgendwo in einem dieser Wachhütten auch mal ein Fünfer. Da kommt jetzt ein Vierer raus. Das ist bei weitem die größte Herausforderung, die der Fünfer bisher hatte. Das ist bei weitem die größte Herausforderung. Großartig. Der Fünfer ist eiskalt. Wenn der Fünfer kommt, kann man fast sagen, okay, garantiert, dass der Angriff gewonnen wird. Das ist wirklich selten, dass ein Fünfer gewinnt. Also das ist, das wäre eigentlich der krasseste Cheat, wenn man, wenn man in Siedler cheaten könnte, dass es nur Fünfer gibt in der Ausbildung. dass die nicht ausgebildet werden müssen, sondern sofort als Fünfer auf die Welt kommen. Weißt du, da kommt, da kommt ein Baby auf die Welt und sagt, deine ersten Worte sind fünf. So, dann kriegt er einen Helm auf den Kopf und zieht in den Kampf. Ja, super. Das hat ja sehr gut funktioniert. Wenn wir mal hier oben gucken. Okay, der, das ist die ewige Baustelle. Und guck mal hier, der Träger. Der wird jetzt die ganze Zeit das Brot hin und her tragen. Legt das Brot hin und nimmt das andere auf in der gleichen Bewegung und läuft wieder zurück. und dann nimmt er da das Brot und bringt es wieder hin. Der trägt jetzt nur Brot hin und her, ne? Ist ja geil. Ja. Der ist jetzt nur dabei und trägt das Brot hin und her. Das heißt, diese drei Brotlaibe, weil eins hat er immer in der Hand und die beiden Getreideballen gehören auf jeden Fall mir. Und die Bäckereien können ja nichts machen mit Getreide und Brot. Hier kann ich jetzt mit dreien angreifen, um dieses kleine Ein-Od-Mein zu nennen. Wenn ja, das ist jetzt so eine klassische Endgame-Situation oder etwas, wo man, wo man oft eigentlich das Hauptgebäude so eingeengt hat, dass es halt das letzte Gebäude ist, was übrig ist zusammen mit ein, zwei anderen Gebäuden. Ähm. Dass, dass man, dass man dann so eine Insel übrig hat. Und das Problem bei so etwas ist, wenn man das Hauptgebäude eingezingelt hat, dann kann der ja keine neue Wachhütte bauen, weil die zu nah an anderen Militärgebäuden ist, beziehungsweise zu nah an seinem eigenen Hauptgebäude. Da ist schon wieder der Fünfer. Das ist immer der Gleiche. Ähm. Und oft haben die in ihrem Hauptlager auch nicht genug Materialien, um irgendetwas zu bauen. So grundsätzlich. Und oft ist es auch so, dass sie auch einfach keinen Platz haben in ihrem Gelände, um noch irgendetwas zu bauen. Und dementsprechend, wenn nur noch das Hauptgebäude übrig ist, hat man selbstverständlich verloren. Da kann man nichts mehr machen. Denn das ist nur noch eine reine Formalität. Aber in die Siedler 1 gibt es keinen Aufgeben-Knopf. Ne? Das gibt es einfach nicht. Von daher, Kampf bis zum Letzten. Und wenn nur noch ein Bauer... Was ist denn jetzt los? Ah, ich hab das falsch eingeschätzt. Wenn jemand mit dem Fuß kommt und zutritt, aber der Gegner mit dem Schwert schlägt, dann sieht es immer so aus, als ob der Fußtretende den Schlag getroffen hat. Aber es ist immer anders. Das Schwert ist stärker als der Fuß. Das könnt ihr euch ausdrucken, einrahmen und an die Wand hängen. Pest die 2022. Das Schwert ist stärker als der Fuß. Hurra! Die Insel ist besiegt. Bam! Eure Unabhängigkeit könnte euch in die Haare schmieren. Die Insel ist besiegt. Das Festland hat gewonnen. Okay. Dann kommst du weg. Und... Ich glaube, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Das hier ist ein ewig langer Weg. Da machen wir jetzt einfach mal nochmal eine Fahne hin. Guck mal, der positioniert sich jetzt neu, damit er wieder da steht, wo er hingehört. Weil die Fahne jetzt den Weg verkürzt hat. Der wird jetzt nur ein bisschen laufen und dann hier wieder irgendwo stehen bleiben. Die stehen ja nie in der Mitte. Das sieht man an dem. Aber die positionieren sich immer abhängig zu der Fahne. Wir haben den Weg kürzer gemacht. Der läuft jetzt hier ein bisschen. Bisschen schneller. Noch ein bisschen schneller. Na. Der wird doch jetzt hier stehen bleiben, oder nicht? Ja. Da ist er stehen geblieben. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt hier die wunderbare Situation, dass wir wieder mit zwei angreifen können. Also jetzt ist... Was machst du? Wo will denn der hin? Was ist mit... Was ist mit diesem Vierer los? Wo will der Vierer los? Oh nein. Das ist doch nicht wahr. Was der sich traut. Was der sich traut. Ich meine, dieses Gebäude zu verlieren, wäre kein großer Verlust für mich. Das ist nicht dramatisch. Dramatischer war es für sie, weil sie so viele Gebäude verloren hat da. Die sie jetzt wahrscheinlich nicht wieder neu bauen kann. Ja, wahrscheinlich hat sie mit ihrem Vierer jetzt gewonnen gegen meine verteidigende Einserarmee. Nein, hört sie nicht. Haha! Meine Einser hat ihren Vierer zerstört. Bam! Umgehauen. Brav, Einser kriegst einen Keks. Okay. Wir werden es hierbei belassen und beim nächsten Mal weitermachen. Aber es ist jetzt eigentlich... Guck mal, ihr Land besteht praktisch nur noch aus Wegen und Baustellen, die nie vollendet werden. Der Angriff eben war gut. Aus irgendeinem Grund hat meine Einser den Vierer besiegt. Ich weiß nicht, vielleicht ist meine Moral höher. Wir haben sie überholt in Militärmacht. Jetzt ist es passiert. Wir haben sie in der Militärmacht überholt. Das ist ein guter Zeitpunkt. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.